Skifahrermäßig sieht es hervorragend aus. Also wir haben über einen Meter Neuschnee. Das Wetter soll sich jetzt beruhigen, also mehr sonnig werden. Wir wohnen 100 Meter vom Lift. Wir fahren durch Frankreich. Ich liebe die Autofahrerei in Frankreich. Die Autobahnen sind in der Regel so frei. Skier sind gebucht. Also ja, klappt. Montag, zwei Wochen vor dem Skifahren. Es sieht gut aus. Die Inzidenz ist nicht weiter gestiegen. Nur in Frankreich. Aber die machen anscheinend nichts. Wir sind alle geimpft nach wie vor und das sieht so aus, als könne man doch noch wegfahren. Aber diese Hängepartie über vier Wochen war es halt nicht klar, wie das läuft. Naja, vielleicht haben wir Glück und viele fahren nicht. Ich habe heute mal ein paar Leute gefragt. Die meinten alle, sie bleiben zu Hause oder fahren nur ins Sauerland und so. Also wenn wir Glück haben, ist Frankreich unser. Wir werden sehen.